Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 472. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Patricia. Hallo. Und der Duke. Ja, servus, hallo. So, wir wollen ein bisschen reden über Fußball, genauer gesagt über den Fußball, den die Eintracht gespielt hat in den letzten beiden Pflichtspielen. Bevor wir dazu kommen, natürlich ein bisschen Housekeeping und zwar möchten wir uns wie jede Woche an dieser Stelle bei euch da draußen bedanken, die uns hier Woche für Woche fleißig unterstützen und damit dazu beitragen, dass dieses wunderschöne Format hier seit 472 Folgen existiert und hoffentlich noch ein paar mehr und in Zukunft über so wunderbare internationale Fußballklassiker wie Eintracht gegen den FC Barcelona sprechen kann. Und wenn ihr uns noch nicht unterstützt, sondern mal darüber nachdenken möchtet, dann könnt ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbeischauen und dann findet ihr da eine Supportseite und da steht alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Ja, und dann lasst uns doch schon direkt mit internationalen Klassikern einsteigen. Noch nicht mit Eintracht gegen Barcelona, sondern mit Eintracht gegen Betis, das Rückspiel am vergangenen Donnerstag. Wir sind aufgelaufen mit dem vierten Mal in Folge der gleichen Startaufstellung. Wir hatten da ja in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass man das jetzt eigentlich komplett durchziehen muss. Und so ist es dann auch gekommen und die Eintracht hat auch von Anfang an versucht, ihre Möglichkeiten zu nutzen. Er hat, wie ich fand, in der ersten Hälfte sehr kompakt in der Defensive gestanden und immer mal wieder durchaus Chancen herausgespielt. Mal spätestens mit diesem grandiosen No-Look-Pass von Sow irgendwie flach über 20 Meter, Knauf in die Füße. Hätte man das Thema eigentlich besiegeln können oder besiegeln müssen, Patricia? Sehr können, würde ich mal sagen. Also Patrick ist ja heute auch wieder im Schweiz-Modus, wir merken das. Ja, das war schon so ein Ding, da habe ich mir, glaube ich, ähnlich die Haare gerauft wie Knauf selbst, nachdem er das an die Latte geballert hat. Ja, also das hätte schon, glaube ich, sehr beruhigt erstmal, wenn du weißt, okay, du bist zu Hause, du gehst 1-0 in Führung, nachdem du das Hinspiel gewonnen hast. Das wäre schon echt, echt gut gewesen, zumal Jan unentschieden nicht gereicht hätte für Betis. Ja, ist dann nicht so gekommen. Aber das war schon so die erste Szene, wo ich mir dachte, uiuiui, und da gab es ja noch weitere. Also, ja, schwierig, aber letztendlich, glaube ich, für die Dramaturgie des Spiels. Und wenn man, wenn man da jetzt so ein bisschen das Fansein versucht auszublenden, war das dann schon trotzdem ganz geil, weil es halt auch so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Hm, ja, stimmt. Ja, also, es hätte auf jeden Fall, glaube ich, den kompletten Spielverlauf gedreht, weil Betis hätte noch mehr aufmachen müssen. Wir hätten uns noch mehr auf dieses Thema Räume und Konter nutzen. Also, ich meine, erste Hälfte, wir hatten sie trotzdem immer noch gut im Griff. Also, ich glaube, Betis hat effektiv erst irgendwann in der paarundfünfzigsten Minute wirklich einen Schuss auf den Kasten abgegeben. Alles andere war zwar, ja, nah dran, aber so richtig aufs Tor gebracht haben sie nichts. Also, wir waren schon sehr konsequent. Und umso bitterer ist es halt, dass wir die Chancen nicht genutzt haben. Du hast es gerade eben ja auch gesagt, da waren ja durchaus noch mehr Dinge. Ich erinnere mich auch noch gut an die eine Chance von Bore. Er stand zwar dann am Ende, das eben abseits, aber dass er den Ball halt noch nicht mal auf den Kasten bringt, das war auch so eine Situation, wo ich wild hüpfend in meinem Wohnzimmer unterwegs war. Also, es war schon auch ein bisschen anstrengend. Wir hatten es ja letzte Woche mit hoffnungsvoll, ängstlich umschrieben. Und ich glaube, das war für dieses Spiel die beste Kurzbeschreibung, die es geben konnte, oder Dennis? Auf jeden Fall, ja. Ich hatte ja leider das Handicap, dass ich das Spiel nicht live verfolgen konnte. Das heißt, für mich war das, als ich dann nach Hause kam, direkt Highlights natürlich angeschaut, alles reingezogen. Das war natürlich schon krass. Schon krass. Ich kann leider mit den Einzelszenen, klar, ich habe größte Highlights, die es irgendwie Zusammenfassung gab, alles so angeschaut. Aber es sind schon so Einzelszenen gewesen, es verfälscht oft diesen Eindruck ein bisschen. Aber diese Emotionalität, die natürlich dann auch durch dieses, ich sage mal, Auswärtstorregel fällt weg. Du bist hier im Endeffekt, weißt genau, ein Tor bedeutet alles. Das hat das schon geprägt. Das ist in den Köpfen drin. Ich glaube auch, dass dann diese Leichtigkeit, und ihr habt es angesprochen, dass natürlich dann wieder diese Chancenverwertung teilweise, oder einfach nur denkst du, oh Mann, du hast hier jetzt die Chance, mach sie doch einfach, und dann ist der Käse eigentlich gegessen. Ist schon bitter. Und dass dann diese Szene, über die wir sicherlich gleich sprechen, in der 90 Minuten der regulären Zeit natürlich dann passiert, da dachte ich, oh je, hoffentlich gibt das keinen Knacks, aber jo, war ja dann schon noch eine ganz schöne Sache. Wir hatten ja schön was zu feiern noch. Aber wie habt ihr denn diese 90. Minute miterlebt? Also das würde mich ja sehr interessieren. Ich glaube, es hat bei mir so ab der 70. ist dieses hoffnungsvoll immer kleiner geworden und das ängstlich immer größer, weil du schon gemerkt hast, dass mit der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, was der Trainer in der Halbzeitpause den Jungs von Betis in der Kabine gesagt hat, aber du hast einfach gemerkt, die waren schon mit einer etwas anderen Einstellung auf dem Platz. Mit zunehmender Spielzeit hast du gemerkt, dass uns auch so ein bisschen die Reaktionszeit gefehlt hat. Wir nicht immer so konsequent im Verteidigen waren. Es auch immer weniger geschafft haben, für eine offensive Entlastung zu sorgen, weil die Möglichkeiten wären ja da gewesen, aber du hast den Ball halt nicht weggebracht. Und dann kommt es halt zwangsläufig irgendwann zu so einem Fehler, dass du halt auf der Außenbahn nicht richtig verteidigst. Fick hier einfach viel zu viel Platz hat und das haben wir spätestens aus dem Hinspiel ja schon gemerkt. Dem Kerl darfst du eigentlich keinen halben Meter Raum geben und da hatte er locker vier, fünf Meter Platz vor sich. Also es hat sich so ein bisschen angedeutet. Ich hatte immer noch so leicht die Hoffnung, dass wir es einfach irgendwie auf der Linie verteidigen, trappen, nochmal so eine super Parade auspackt. Aber am Ende hat es mich jetzt nicht grandios gewundert, dass es dazu gekommen ist. Es war halt einfach maximal ärgerlich, weil du halt wusstest, okay, jetzt laufen ja noch mindestens 30 Minuten, wenn nicht sogar noch einen Elfmeter schießen. Und ich hatte halt sofort dann auch den Gedanken an Chelsea irgendwie im Kopf, so nach dem Motto, bitte nicht Elfmeter schießen. Und dann versemmelst du das Ding wieder irgendwie blöd. Das wäre halt einfach so random, das Ding am Ende dann da vergeigt, obwohl du eigentlich dich mehr als deutlich bemüht hast. Also da hatte ich null Bock zu, sage ich ganz ehrlich. Patricia, wie war es bei dir? Ja, verstehe ich. Also das hat mich schon sehr schockiert, das Gegentor, weil das halt wirklich so in letzter Sekunde war. Und du dachtest dir so, ach nee, als hätte man das jetzt nicht wirklich einfach 0-0 durchkloppen können und gut ist. Und dann auch noch mit diesem Hintergedanken, jetzt ist die Auswärtstorregel schon mal weg. Und jetzt ist es auch nicht richtig, weil letztendlich hätte die jetzt noch gegolten, dann wäre das alles kein Problem gewesen, wäre es nach 90 Minuten durch gewesen. Und jetzt ist, genau jetzt ist sie weg und genau jetzt passiert natürlich sowas. Und du denkst dir so, ja, na klar, das war schon wieder so typisch, dass man sich denkt, ja, natürlich trifft es uns. Das denkt sich wahrscheinlich jeder immer über seinen Verein. Ja, aber wir haben recht. Aber es ist halt nur mal so. Und das hat schon auch, also das hat mich schon runtergezogen. Ich dachte mir so, ach nee, jetzt Verlängerung, ne. Und dann auch diese Gedanken an Elfmeterschießen, Chelsea, das sind alles so Flashbacks, die du bekommst. Ähm, ja, es war schon schwierig. Und dann war auch, finde ich, die Nachspielzeit auch alles andere als beruhigend insgesamt. Also das war die Nachspielzeit, die Verlängerung. Die war auch weiterhin so ein, also du hast schon gemerkt, dass beide Mannschaften jetzt so ihre Chance sehen und auch unbedingt weiterkommen wollen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, keine Ahnung, Betis hat das jetzt komplett an sich gerissen. Aber auch nicht, dass man sagt, die Eintracht hat jetzt hier gesagt, nee, wir sind zu Hause und wir kommen weiter und Betis hat keinen Stich mehr gesehen. Das war halt schon wirklich so ein Schlagabtausch, wo du dann irgendwie nur vorm Fernseher sitzt. Also ich war zu Hause vorm Fernseher, weil keine Tickets. Ja, und dann bist du schon einigermaßen nicht erzürnt, sondern aufgeregt auf der heimischen Couch. Ja, wie du schon sagst, man hat schon so ein Stück weit gemerkt, dass beide Mannschaften eigentlich kein großes Interesse hatte auf das Elfmeterschießen, nachvollziehbarerweise, aber keine jetzt so dermaßen dominiert hat, um zu sagen, okay, das kippt jetzt, das pendelt definitiv in die eine oder andere Richtung. Ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwann so ab der 115. Minute, kam bei mir wieder mehr der Glaube auf, dass wir das noch irgendwie schaffen. Ich weiß nicht, kennt ihr so Momente, wo du irgendwann denkst so, ja, und der Ball ist es jetzt. Es war ja so in der 118., 119. Minute, also irgendwie kurz vorher, hatten wir ja nochmal eine Ecke auch. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ich habe es vor meinem geistigen Auge schon gesehen, das Hinteregger diese Ecke reinköpft. Da war ich mir zu 200 Prozent sicher. Wenn mich einer gefragt hätte, hätte ich in dem Moment da locker 50 Euro draufgesetzt. Ich habe mich dann sehr geärgert, dass es nicht so gekommen ist. Am Ende habe ich festgestellt, es war halt einfach die falsche Minute und es war keine Ecke, sondern ein Freistoß. Aber ich war ziemlich dicht dran in dem Moment. Zumindest in meinem Kopf. Kennt ihr so Momente, wo man sich ganz sicher ist, das klappt jetzt? Ich habe das aber leider irgendwie oft in eine negative Richtung umgekehrt, dass ich sage, ja, ich sehe es schon, die Ecke geht jetzt rein und wir sind hinten. Ja, das kommt, weil du zu oft mit Marvin und Basti abhängst. Das ist das Problem. Ja, das Ding ist, das passiert dann auch. Also ich habe ja noch immer das Gefühl, ich habe das gedanklich gejinxt oder so. Das ist immer ganz, ganz schlimm. Das ist ein richtig ekelhaftes Gefühl. Okay, also, liebe Hörerinnen und Hörer, merken, wenn irgendwann blöde Eckbälle oder irgendwas reingehen, dann bitte Twitter-Nachrichten an Patricia. Na, aber schöne, ja, also, ich weiß genau, was du meinst, René, und ja, das ist natürlich gerade in so Situationen, die Patricia hat es schön vorhin beschrieben, oder ich weiß gar nicht, oder warst du es, René, mit dem Chelsea-Vergleich, wo man wirklich schon, wo es einem die Kehle ja zuschnürt und man denkt, oh Gott, jetzt schon wieder Flashbacks kommen und das ist natürlich dann dieser Befreiungsschlag, dieser volle Einsatz. Und wie gesagt, ich konnte es ja leider nicht live schauen, aber allein schon in den, ich bin richtig emotional von diesen Highlights geworden, wie auch diese Wartezeit dann unendlich eigentlich wirkte, selbst bei dem Zusammenschnitt, wo du denkst, okay, Hinteregger, krass reingeworfen und es liegen alle sozusagen im Strafraum rum, alle rennen schon mal auf den Platz, dann gehen sie wieder runter, dann wird geprüft, dann ist doch alles in Ordnung. Dann bist du einfach eine Runde weiter, Wahnsinn. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wenn du das live gesehen hast. Ja, aber diese Situation, du beschreibst es ja richtig. Ich habe zu Hause auf der Couch gesessen. Ich hatte vorher Twitter durchgescrollt und hatte noch gesehen, irgendwie das Enzo geschrieben hatte, so nach dem Motto, boah, ich habe heute richtig Bock auf Elfmeterschießen, also sinnhaft, ich kriege den Wortlaut nicht mehr hin. So, ich habe richtig Bock auf Elfmeterschießen, wahrscheinlich wird mir das in der 118. Minute dann nachher genommen. Und ich hatte den Tweet schon geschrieben, die Antwort, wo ich gesagt habe, nee, war die 120. Und dann sitzt du einfach zu Hause auf der Couch und traust dich nicht, dieses Ding abzusenden, sondern wartest noch zwei Minuten, um zu gucken, ob der scheiß VAR das jetzt geprüft hat und dann nicht irgendwie 48 Stunden vorher irgendwie ein Vogel auf die Linie gekackt hat und deswegen die Linie nicht richtig kalibriert war oder irgendwas. Es ist sowas vom zu kotzen in solchen Momenten. Es hat mich richtig genervt an der Stelle. Patricia, wie war es bei dir? Ja, also ich habe mich, der erste Impuls ist, du freust dich, du denkst dir so, du hast es geschafft, du bist durch. Und dann kommt aber immer dieser zweite Gedanke, dieses, oh nein, oh nein, das ist irgendwie, die gucken noch, die prüfen noch. Und dann bist du so angespannt, dass es, wie René sagt, ganz schlimm, dieses, das zieht sich auch. Also wahrscheinlich sind das eigentlich gar nicht, das ist nicht so lang, aber es fühlt sich an, als würdest du da fünf Minuten sitzen und auf eine Entscheidung warten. Ja, locker fünf Minuten gefühlt. Das läuft alles in Zeitlupe ab. Und das war eher, ich fand das auch krass, weil ich mir dachte, ah, was ist jetzt wieder passiert? War irgendwas? War irgendwie was vorher? Du überlegst dann auch, was hätte gewesen sein können, was denn jetzt irgendwie dann dafür sorgt, dass das nicht gegeben wird oder so. Und irgendwie hast du scheinbar auch Zeit in deinem Kopf, dann nochmal alles Revue passieren zu lassen, was irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute vorher war. Ja. Und dann kommt so dieses Erlösende, ja, zählt. Und du denkst dir so, perfekt, gut, hätte schneller gehen können, aber irgendwie dann fällt alles von dir ab. und dann bist du irgendwie wieder in diesem, ja, initialen Moment, wo du eigentlich dich gefreut hattest und dachtest, perfekt, wir sind durch. Ja, aber in solchen Momenten zieht es dir halt, wie Basti so schön sagt, komplett den Stecker. Du freust dich erst, du springst auf, du jubelst und dann kommt irgendwann so diese Schockstache so nach dem Motto, Scheiße, war da was? Mhm. Und dann traust du dich nicht so richtig dann da irgendwie froh zu sein, sondern bleibst einfach noch zwei Minuten, drei Minuten, gefühlt eine Viertelstunde in dieser Schockstache. Also es ist halt echt nervig. Also gerade bei diesen Last-Minute-Toren. Ja, genau. Vor allem, wenn du irgendwie nicht, wenn du auf dieses Spielfeld guckst und sich alle nicht so freuen, wie du es dir erwartet hast. Irgendwie, wenn dann alle noch so ein bisschen am Zögern sind, auch die Spieler und die Bank und so. Und irgendwie, das, finde ich, lähmt mich dann auch immer so, dass ich mir denke, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist, irgendwas wird noch überprüft. Und erst, wenn das so von den Leuten vor Ort abfällt, dann kann ich mich auch entspannen. Ja, stimmt, ja. Aber hat ja dann am Ende funktioniert. Es wurde dann auch kurz danach abgefiffen. Und dann gab es eine riesengroße Jubeltraube und die Mannschaft wurde gefeiert und damit war klar, wir stehen wieder im Viertelfinale. Und das würde ich sagen, mehr als verdient. Ja, was ich aber auch schön finde, ist, dass Hinti beteiligt war an diesem entscheidenden Tor. Also beteiligt deswegen, weil irgendwie als erstes dachte ich, wirklich er hat getroffen. Dann war es ja wohl doch irgendwie eher Eigentor und er war vielleicht sogar gar nicht dran, aber letztendlich kann man festhalten, ich glaube, wenn er da so nicht gestanden hätte und sich nicht so da reingeworfen hätte, wäre das auch nicht gefallen. Deswegen schreibe ich ihm die Chance zu großen Teilen zu. Ja, also er hat da, finde ich auch in meiner Wahrnehmung, mehr als deutliche Anteile daran, wie du sagst, selbst wenn er den Ball nicht berührt hat, allein mit welchem Willen und welchem Einsatz er da reingeht, um klar auch deutlich zu machen, so nach dem Motto, nee, wir hören jetzt hier auf, bevor es in dieses Elfmeterschießen geht. Wie du schon sagst, ausgerechnet Hinti, der ja auch diese Dürrezeit, nenne ich es jetzt mal, zwischendrin hatte, wo er nicht so richtig performt hat, der sich ja dann entschieden hat, die Kapitänsbinde erstmal nicht in Anspruch zu nehmen, sondern das dann eher Trapp machen zu lassen, um sich auf das Spiel zu konzentrieren. Der Hinti, der halt eben auch in angesprochenem Chelsea-Spiel dann diesen entscheidenden Elfmeter leider nicht gemacht hat und dann ja von den Fans getröstet worden, das ist ja auch so ein Bild, was da viel dann rumgegangen ist, dass er ausgerechnet derjenige ist, der in dieser Situation daran beteiligt ist, das war für ihn, glaube ich, auch mehr als verdient. Also ich habe mich sehr für ihn da gefreut an der Stelle. Super. Vor allem dieses Chelsea-Ding, also dass du irgendwie so das Gefühl hast, das war zumindest, ich glaube, es kann es nicht ganz für ihn wahrscheinlich auch nie ganz wieder gut machen. Du wirst immer dran denken und wirst immer denken, was wäre, wenn. Aber letztendlich hat es für mich zumindest so ein Gefühl gehabt, guck mal, das ist jetzt Jahre später so eine, ich will es nicht wieder Gutmachung nennen, weil ihm keiner böse war letztendlich, aber irgendwie einfach so ein schöner Moment, dass du sagst, das war das Gegenstück zu diesem bitteren Chelsea aus, dass du weißt, du warst der Spieler, der Last Minute das Viertelfinale gesichert hat und dann auch noch, was das für ein Viertelfinale wird. Also das ist schon schön für dich. Ja, da bin ich voll bei dir. Auf jeden Fall, Patricia. Man muss ja auch sagen, wenn du schaust, dass dieser Spielverlauf und insbesondere auch, wenn man nochmal zurückspringt zum Hinspiel, was hatten wir Chancen aus dem Spiel raus? Was haben wir da im Endeffekt, hätten wir ja, keine Ahnung, 7-1 gewinnen können, wenn du wirklich effizient gewesen wärst. Total übertrieben natürlich. Sagen wir mal, zwei Tore, zwei Tore hättest du auf jeden Fall noch machen können und da wäre der Käse wahrscheinlich so oder so gegessen gewesen. Jetzt musst du sagen, jetzt hast du hier dann diese Szene, dann kriegst du in der 90. keine Auswärtstorregel mehr, kriegst du sozusagen dieses eine Tor, dadurch ist jetzt unentschieden nach der Regelung, dann geht es in die Verlängerung und dann kriegst du es auch irgendwie nicht hin, aus dem Spielverlauf raus, was zu machen. Dann kommt dieser Hinti und er zwingt und das passt schon. Also klar, ich habe auch nochmal nachgeschaut, also es wird ja auf jeden Fall offiziell als Eigentor gewertet und das ist auch in Ordnung, ist halt so, aber das ist so schön erzwungen gewesen und diese Kraft, die da mit drin steckt, die natürlich auch Motivation für sicherlich auch die Nächsten, ja gut, insbesondere, ihr habt es schon angesprochen, für den Klassiker, den wir dann sehen werden, wann ist das Hinspiel? Siebter, glaube ich. Also das ist natürlich schon nochmal was, das gibt nochmal richtig Auftrieb und die gucken sich das auch alle an und du musst dann wieder Angst haben, unsere Innenverteidiger, die sind da wieder gefährlich, Hinti ist wieder eine Nummer, die hier vorne auch Torgefahr ausstrahlt, finde ich geil, gibt einfach einen geilen Ruf und darauf müssen wir aufbauen und reiten und ja, auch hoffentlich für Hinti nochmal ein guter Schulterklopfer, denn er hat das wirklich in der Szene insbesondere richtig stark gemacht, hat mir sehr gut gefallen. definitiv verdient gehabt, die ganze Mannschaft hat es verdient gehabt, da sich nach den Spielen jetzt einfach da noch eine weitere Runde mitzunehmen, muss man ganz klar sagen und es hilft ja auch der Eintracht in Summe, wir sind weiterhin die Euro-Eintracht, wir haben nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit generieren können, wir haben vor allen Dingen auch nochmal ein bisschen Preisgeld dafür dann mitnehmen können, also das ist ja auch nochmal ein wichtiges Ding, dass wir da jetzt nochmal eine Runde weiter sind, das wirkt sich ja auch finanziell nochmal ein gutes Stück aus. Gerade weil du jetzt ja auch volle Stadien hast wieder? Das kommt auch noch hinzu, genau, wir haben jetzt eben noch eine Runde, wo wir auch einen, ich sag mal so, okayen Gegner haben, also der auf jeden Fall auch nochmal dafür sorgen wird, dass da, glaube ich, das wohl ausverkauft ist, ich weiß es nicht, ne? schwierig vorstellbar, also ganz ehrlich, wahrscheinlich kannst du das vierfache an Karten verkaufen, kannst dann irgendwie drei Public Viewing aufmachen und würdest die Dinge irgendwie voll kriegen, ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, gelungen, wenn auch durchaus anstrengend über die 120 Minuten, also hätte man einfacher haben können, war aber, glaube ich, für den Menschen, der an Fußball interessiert ist und spannende Spiele sehen will, durchaus auch anzusehen, gut anzusehen und am Ende verdient, das Ding festgemacht und in die nächste Runde eingezogen, die ja dann schon am Freitag um 13 Uhr ausgelost wurde und wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen, was wäre so unser Lieblingsgegner und Barcelona hat da jetzt keiner von uns genannt, ist aber das los, was wir am Ende bekommen haben, ich sag mal so, von der Aufmerksamkeit her ist es natürlich schon der reizvollste Gegner an der Stelle, also ist schon ein sehr wichtiges Los, klar gibt es natürlich jetzt auch immer wieder Diskussionen, ob man nicht auch irgendwie ein einfacheres Los hätte haben können und, aber ich sag mal so, am Ende bist du jetzt da sowieso gegen, wenn du das Ding irgendwie mitnehmen willst, musst du am Ende sowieso gegen fast alle gewinnen und wie hat Klaas dann, das so schön gesagt, wenn du gegen den 5. der Spanischen Liga gewinnen kannst, dann kannst du auch gegen den 3. der Spanischen Liga gewinnen, also ich glaube, komplett chancenlos ist die Eintracht da nicht und wir fangen halt auch noch mit dem Heimspiel an vor voller Kulisse, also das hat halt schon viel richtig Geiles, oder? Wie seht ihr das? Geil, geiles Los, es ist auf jeden Fall, man muss es unterscheiden in zwei Dinge für die Fans und generell ist das natürlich schon mal gegen Barcelona und insbesondere dann auch in Barcelona zu spielen, ist glaube ich, ein Traum von vielen Fans, da auch mal hinzufahren und das live zu sehen. Sportlich ist es schon ein super GAU, naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also schwerer kann es ja kaum kommen, gerade weil dieser Vergleich hinkt ein bisschen, denn Barcelona hat ja in der Hinrunde so miserabel gespielt und so wenig Punkte geholt und dieser Knick, der da drin war, ist ja leider so weit schon ausgebügelt, dass wir wirklich sagen müssen, da kommt schon ein FC Barcelona, der richtig, richtig knackig ist und der richtig schwer zu bespielen ist, also wenn wir da weiterkommen, das wird auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr anstrengende Aufgabe, aber wie gesagt, man muss unterscheiden, also sportlich ist die eine Sache, krasses Los, echt heftig und super schwierig, auf der anderen Seite emotional und aus Fansicht genial, ein Traum, hätte aber auch gerne im Halbfinale sein können. Ja, wobei du halt auch schon dazu sagen musst, ich meine, wir reden jetzt hier von der Runde der letzten acht. Ja, stimmt. So, da hast du normalerweise immer zwei bis drei Mannschaften drin, die halt aus der Champions League irgendwie da runter gefallen sind und halt auch die, die es immer wieder schaffen, sich in der Euroleague zu motivieren und da die Punkte zu holen, also da hast du jetzt eigentlich keinen mehr, wo du sagen kannst, die hatten irgendwie zwei Glücksspiele und haben es irgendwie ungerechtfertigterweise geschafft, da irgendwie weiterzukommen, sondern da hast du halt einfach nur noch Spitzenmannschaften. Also von daher ist es am Ende für mich auch so ein Stück weit, egal ob es jetzt Barcelona oder West Ham ist, das wäre glaube ich am Ende beides eklig schwer geworden. Ist halt einfach blöd von der aktuellen Situation her, dass ausgerechnet jetzt Barcelona anscheinend wieder so ein bisschen in die Spur zurückgefunden hat und am Wochenende Real, die ja Tabellenführer sind, mal eben so mit einem 0 zu 4 da wegbügelt. Also das ist halt das Einzige, dass sie ausgerechnet sich jetzt entschieden haben, auch komm, wir fangen wieder an Fußball zu spielen. Ja, aber ansonsten ist das halt schon, also ich finde es ein gutes Los. Patrizia, wie ist denn dein Take dazu? Ja, ist ein attraktives Los. Klar, ich habe es mir jetzt auch noch nicht unbedingt jetzt gewünscht, ehrlich gesagt. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche noch Atalanta gesagt, habe dann noch mal drüber nachgedacht und bin sogar fast auf Marvins Seite mit den Rangers gelandet. Einfach, weil das eigentlich schon ein sehr, sehr attraktives Los gewesen wäre, aber auch, ohne jetzt irgendwie respektlos drüber zu reden, aber im Vergleich zu Barcelona zum Beispiel, ein sportlich machbareres, also wo du dann irgendwie sagst, hey, das kann sogar im Nachhinein vielleicht sogar schwerer sein, weiß man ja nie, wie sich so ein Spiel gestaltet, aber von den Voraussetzungen her würde man sagen, das ist ja natürlich eine schwächere Mannschaft auf dem Papier als Barcelona und da rechnen wir natürlich größere Chancen aus und das ist trotzdem irgendwie ein richtig geiler Gegner. Deswegen habe ich dann irgendwie während der Auslosung schon so ein bisschen auf die Rangers gehofft, ehrlich gesagt. Ja, als dann Barcelona feststand, dachte ich mir schon, im ersten Moment bist der irgendwie so fast schon sprachlos, weil du dir denkst, okay, also FC Barcelona, das ist eigentlich eine komplette Champions League Mannschaft. Die Eintracht hat sehr viele Champions League Mannschaften zuletzt gehabt in der Euro League schon, also ich wäre froh, wenn das die UEFA so vergüten würde, wie eine Champions League, weil letztendlich, also was das für krasse Gegner sind, wenn du jetzt irgendwie vergleichst, dass Bayern in der Champions League gegen irgendwie Salzburg oder so spielt, gegen die Eintracht ja zum Beispiel auch schon gespielt hat und jetzt wie ja real, also da sind die Gegner von der Eintracht schon mehr Champions League als die eigentlichen Champions League Gegner, so vom Namen her zumindest. Ja, deswegen war das schon irgendwie so überwältigend und das ist auch noch geil, also dass die Eintracht überhaupt gegen den FC Barcelona spielt, spielen darf, also dass man überhaupt in einem Wettbewerb ist, wo sich die Wege kreuzen. In einem Pflichtspiel, also wie hat, ich glaube Phil hatte das ja auch gestern im Heimspiel nochmal gesagt, wir reden jetzt hier nicht irgendwie von irgendeinem Charity Cup, wo du dich irgendwie, weiß ich nicht, zum Gedenken an, weiß ich nicht, welchen, welchen ehemaligen Weltfußballer, der sich da gewünscht hat, dass da wieder irgendwelche Großmannschaften oder irgendwas oder Weltauswahlen gegeneinander spielen oder irgend so ein Saisonvorbereitungsding, wo dann der FC Barcelona mit irgendwie der Ersatzmannschaft der C-Garde irgendwie auftaucht. Es ist ein Pflichtspiel in einem laufenden internationalen Wettbewerb, wo Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona spielt. Ja, da wird dir erst mal wieder bewusst, was die Eintracht erreicht hat in den letzten Jahren. Also klar ist der FC Barcelona vielleicht eigentlich eher eine Champions-League-Mannschaft und das ist jetzt auch, das sind jetzt auch, sage ich mal, gute Zufälle, dass das überhaupt so entsteht, also dass das Barcelona eben nicht so performt hat und deswegen in die Euroleague musste und jetzt die Eintracht auf diesen Verein treffen kann. Aber letztendlich trotzdem muss man sich mal überlegen, was das für ein Weg ist, den die Eintracht in den letzten Jahren gegangen ist und zu Recht gegen so eine Mannschaft jetzt auf dem Platz stehen darf. Das ist schon sehr, sehr krass. Und du, Patricia, hast es gerade eben auch, finde ich, richtig angemerkt. Der FC Barcelona ist eine Champions-League-Mannschaft. Ich glaube, die sehen sich auch so. Also nach allem, was ich so verstanden, gelesen, gehört habe, wo ich Berührungspunkte in vergangenen Fußball-Schausituationen mit dem FC Barcelona hatte, die haben einen komplett anderen Anspruch. Die sehen sich als ja mindestens mal Tabellenzweiter, wenn nicht sogar eigentlich eher auch Tabellenerster in der spanischen Liga. Die sehen sich als eine Champions-League-Mannschaft. Die sind es halt gewohnt, vor einem Stadion mit 100.000 Plätzen zu spielen. Also das könnte natürlich auch wiederum ein Vorteil sein, dass die A, Eintracht, Frankfurt an der Stelle so ein Stück weit unterschätzen und auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so mega motiviert sind, je nachdem, wie es dann jetzt auch in der Liga für die noch läuft. Also klar sind wir der Außenseiter allein. Schauen, wenn du dir anguckst, welche Namen der FC Barcelona da in seiner Kaderliste hat und wie viele Werte da in diesem Kader drinstecken. Aber so komplett chancenlos sind wir natürlich nicht. Was jetzt nicht heißen muss, dass wir das Ding komplett irgendwie dominieren. Die können uns wahrscheinlich trotzdem immer noch locker in 45 Minuten sechs Dinger einschenken und dann machst du da halt auch nichts. Aber es ist halt schon einfach geil. Ja, vor allen Dingen auch Betis hat man vorher gesagt, die wird man nicht fußballerisch dominieren. Das ist, finde ich, auch gar nicht passiert unbedingt. Aber man ist trotzdem weitergekommen. Sag mal so, wenn wir uns jetzt die erste Hälfte vom Rückspiel nochmal angucken, da hat Betis jetzt keine großen Stiche gelandet. Also die hatten wir schon ganz gut im Griff. Ja, da kann so eine kompakte Defensivleistung kann, finde ich, schon sehr, sehr helfen. Ja. Und wenn du dann einen guten Konter fährst, dann ist alles drin irgendwie. Ja. Klar, ich will es jetzt nicht überhypen. Ich glaube auch, dass der Haushohe-Favorit bekannt ist. Das wissen wir alle. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schaden. Ich glaube, die Eintracht fühlt sich ja auch ganz wohl in der Rolle der Mannschaft, die eben überraschen kann. Ja. Also es wird auf jeden Fall herausfordernd, allein wenn du dir die Offensiv-Reihe von Barcelona anguckst. Also wenn ich mir, wenn ich das Ding aufstellen würde, dann ehrlich gesagt, du hast links einen Ansofati bei denen, auf rechts, wahrscheinlich einen Dembele, vielleicht aber auch irgendwie einen Torres oder einen Traoré und in der Mitte ein Aubameyang. Also da musst du halt auch überlegen, das sind alles Spieler, gerade auch hier Traoré, der läuft halt auch irgendwie, weiß ich nicht, die 100 Meter in hier Usain Bolt-Zeiten. Also das wären halt auch sehr laufintensive Spiele. Das wird auch anstrengend. Ich habe auch schon, also Aubameyang, der trifft, glaube ich, gerne gegen die Eintracht, wie ich das in Erinnerung habe. Und der ist auch extrem schnell, also der ist ja richtig, richtig schnell. Die sind alle extrem schnell. Also ich habe Traoré das öfteren Mal im Fernsehen gesehen, hier Premier League, wo er ja eine ganze Zeit lang bei, ich glaube, Wolverhampton war es, gespielt hat. Der ist halt auch scheiße schnell und der ist halt nicht nur scheiße schnell, der hat auch irgendwie einen Oberkörper, wie andere Leute eine Schrankwand im Wohnzimmer stehen haben. Also selbst wenn der dir nicht davonläuft, dann reißt er dir halt einen Arm dabei aus. wird schon, also den Zweikampf, Traoré gegen Hinteregger, da habe ich Bock drauf. Ja. Ja, 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 Hinti in guter Form, da ist er auch nicht chancenlos. Frage, wer da wem des Arm ausreißt, aber es wird auf den, also da sind halt so viele Dinger drin, wo du halt eine geile Story draußen machen kannst. Also ich habe jetzt schon richtig Bock, wegen mir direkt morgen Abend. auch so ein Ferran Torres, ey, das ist schon, wenn ich schon drüber so nachdenke, also was da für eine Mannschaft auf den Platz geschickt wird, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist halt, klar, dieses 4-0 gegen Real Madrid jetzt, und die sind halt komplett ohne Stürmer hingegangen, weil ja Benzema nicht spielen kann aktuell. Ja, das richtig. Und ich sehe die Eintracht manchmal ja auch so ein bisschen als Mannschaft ohne Stürmer und dann siehst du ja, was passieren kann, wenn du dann irgendwie in der Abwehr auch Probleme bekommst. Kurze Frage, warum nur manchmal? Naja, manchmal treffen, ja, haben wir so Ersatzstürmer, sag ich mal. Ja, musst du mit Basti nochmal drüber reden, ich glaube, der sieht das anders. Ja, von daher, also das, also das war das Erste tatsächlich, was ich gedacht habe, so Klassiko, guckst du mal wie steht's, dachte ich mir, ach du Scheiße, habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet gehabt. Ja. Und dann fällt dir ein, okay, die spielen ohne Benzema, die haben keinen Stürmer, wer hat noch keinen Stürmer? So, dann schlägst du da diese Brücke, die wahrscheinlich extrem absurd ist und so Spiele kannst du gar nicht vergleichen, aber trotzdem schluckst du dann erst mal. Ja, das ist richtig. Ihr habt noch zwei wichtige Punkte angesprochen, dass eben insbesondere auch so diese Fan-Begeisterung für Euroleague in Barcelona einfach bis jetzt ja noch gar nicht funktioniert hat. Also wenn ich überlege, dass im Spiel gegen Galatasaray in Barcelona, glaube ich, nur 60, nur, in Anführungszeichen, 60.000 im Stadion waren und davon ja auch unglaublich viele Karten an Galatasaray-Fans gingen, dann merkst du schon. Ja, die haben dir das Leben schon schwer gemacht, ne? Ja, finde ich super auch, dass dann im Endeffekt, ich freue mich ja auch drauf, dass wir dann im Endeffekt vielleicht diese Möglichkeit haben, eben auch mit den Fans hier wieder voll zu agieren auch in Spanien, das wird dann schon spannend. Mal schauen, wie viele Karten wir freigeben bekommen, aber es gibt ja immer Mittel und Wege, auch im Endeffekt in den anderen Blöcken zu sitzen und da wird bestimmt eine richtig gute Stimmung sein und das kann ein wichtiger Faktor hier werden, denke ich. Also ich hoffe es auf jeden Fall und ihr habt es aber richtig angesprochen, die Mannschaft ist auf keinen Fall zu unterschätzen und du musst aufpassen, dass du nicht schon im Hinspiel so unter die Räder kommst, dass es im Rückspiel gar nicht mehr ausgleichen kannst. Das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Und was auch interessant war, war ja, das habe ich jetzt erst, ich weiß gar nicht, das wurde ja mit ausgelost oder mit bestimmt sich das doch schon, wer unser nächster Gegner dann wäre, also West Ham oder Lyon. West Ham oder Lyon wären es dann im Halbfinale, korrekt. Also das ist natürlich auch nicht unbedingt einfach, auch wenn wir hier eine Runde weiterkommen, ist das natürlich schon auch wieder, wie du vorhin, ich weiß gar nicht, einer von euch beiden hat es vorhin gesagt, hättest du jetzt schon auf West Ham im Viertelfinale treffen, können wir auch nicht unbedingt einfach geworden. Ja, schauen wir mal. Also wird auf jeden Fall eine spannende Runde und... Dann schlägst du halt West Ham im Halbfinale und dann ist es ein... Also für mich ist das Thema jetzt gesetzt, das Finale Atalanta gegen die Eintracht in Sevilla. Oha. Richtig, richtig geil. Das wäre richtig geil, da kannst du aber, das Stadion kannst du ja danach neu bauen, das sag ich dir. Ja. Also das ist weg. Egal, wer da gewinnt, ich glaube, das wird einfach eine riesengroße Sause. Das wäre so geil. Kranke Nummer. Auf jeden Fall. Also ich glaube, Atalanta steigt allein schon in der Wertschätzung nochmal um 15 Stufen, wenn die Leipzig da jetzt rausschießen. Ja. Ja, das ist halt schon... Die haben eine Aufgabe jetzt. Die haben jetzt eine. Genau. Endlich dafür zu sorgen, nachdem Leipzig ja ohne Spielen überhaupt schon ins Viertelfinale eingezogen ist. Ja, da will ich mich jetzt nicht drüber aufregen, das hätte auch jemand anderes treffen können. Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt in dem Spielplan von Barcelona. Die Spielen an dem Sonntag an dem dritten, vierten Abends 21 Uhr gegen den FC Sevilla, der aktuell quasi ein Platz vor ihnen in der Tabelle ist. Also die haben vorher auch durchaus ein wichtiges Spiel. Ich glaube auch eins, was für die durchaus noch einen etwas höheren Stellenwert hat und was auch punktetechnisch wichtig ist, weil dann wären sie punktgleich nach dem Spiel mit Sevilla und haben ja ein Spiel weniger. Sie haben ja noch ein Nachholspiel auf der Liste. Also ich glaube, da werden die sich auch schon gut anstrengen und Sevilla wird es denen jetzt auch nicht so wahnsinnig einfach machen. Also die könnten dann da auch je nachdem, wie das ausgeht, mal mindestens ein bisschen erschöpfter vielleicht sein. Je nachdem, wie das Ergebnis am Ende ist, vielleicht sogar noch ein bisschen verkopft. Hoffe ich zumindest mal. Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Ja, genau. Ja, und dann Rückspiel eine Woche später im, heißt es dann noch Camp Nou oder ist es dann schon hier Spotify, hast du nicht gesehen, Arena? Weiß wahrscheinlich keiner. ab wann das ist. Ja, aber das Ding, hunderttausend Plätze gehen da rein, das ist halt schon einfach ein gigantisches Ding. Also wie du es richtig gesagt hast, Dennis. Ich glaube, das ist erst ab nächster Saison, ehrlich gesagt. Das wechselt im Sommer dann den Namen. Ja, okay. Aber trotzdem allein da zu sagen, okay, wir sind jetzt hier für ein Pflichtspiel in diesem riesigen Stadion und ich bin mir ziemlich sicher, dass da einfach auch tonnenweise Eintracht-Fans sein werden, die sich über irgendwie, weiß ich nicht, welche Wege da Karten besorgen werden. Ja, sicher. Vor allen Dingen das Stadion, also Barca wird das Stadion nicht füllen. Das ist generell schon nicht ausverkauft und wahrscheinlich erst recht nicht Euroleague gegen Eintracht Frankfurt. So blöd das klingt, das ist, glaube ich, nicht deren Anspruch in erster Linie schon. Da werden Leute hingehen, aber die werden nicht in Massen dahin strömen und sagen, 100.000 machen wir jetzt mal komplett voll bis auf den kleinen Gästebereich. Von daher wird es da Möglichkeiten geben, denke ich, auch im neutralen Bereich da sich irgendwie ja anzusiedeln. Das war ja auch, ich glaube, Galataserei hatten sie. auch als Gast und ich glaube, da waren auch schon, also da war das Stadion auch noch gar nicht komplett ausverkauft und die bringen aber auch immer eine gute Anzahl an Fans mit und ich glaube, die haben auch einige mitgebracht. Ja, ja, ich glaube, die hatten, also zumindest, was ich so gesehen habe in Auszügen, waren da auch auf den, auf den neutralen Plätzen doch eine ganze Reihe von Galataserei-Fans. Ja, von daher glaube ich, dass das schon funktionieren wird irgendwie. Obwohl ja heute, heute ging ja irgendwie schon der Verkauf los in Barcelona. Ich habe schon irgendwie ganz viele Tweets gesehen von wegen, wie Leute schon versuchen, jetzt an die Tickets da zu kommen, weil das ja irgendwie von Deutschland aus gesperrt war. Geoblocking kannst von Deutschland nicht bestellen, nicht mit deutscher Adresse, nicht mit deutscher Kreditkarte. Ja, genau. Das hat heute nicht funktioniert. Auch nicht mit deutscher Kreditkarte? Ja, es war von der UNEFA, glaube ich, gar nicht freigegeben für Deutschland. Ah, okay. Dann war der Surfer auch ständig down. Auch eine nervige Geschichte, aber gut. Also Hinspiel EuroLeague Barcelona gegen Galatasaray waren 61.740 Zuschauer im Stadion. Also ein Drittel frei quasi. Es sind doch noch ein paar Karten, die man ausnutzen kann. Da ist noch Luft nach oben, ja. Die kriegen wir voll. Machen wir ein Heimspiel draus quasi. Ja. Gerne. Also ich habe richtig, richtig Bock. Es ist so schnell, wie die Flüge weg waren. Der komplette Flugmarkt ist ja an dem Auslosungstag erstmal komplett zusammengebrochen. Ja. Ich muss zugeben, ich habe auch geschaut, aber ich habe es dann, glaube ich, recht schnell wieder aufgegeben, weil das dann alles schon wieder entweder in Summen ging, die ich ehrlich gesagt nicht bereit war zu zahlen oder in, ja, wahrscheinlich sehr umständliche Reisen. Aber das, also ich glaube, so kreativ muss man dann sein, um das dann mitzuerleben. Ja, aber es bietet sich. Props an alle, die sich da schon ihren, ihre absurden Reisewege rausgesucht haben. Das ist schon immer krass, was dabei rumkommt. Es bietet sich doch auch irgendwie fast sogar so ein bisschen an. Also auf der einen Seite, glaube ich, die Leute, die jetzt, glaube ich, jobtechnisch in den zwei Jahren Corona-Schwierigkeiten hatten, die kann man da jetzt mal außen vor nehmen oder außen vor lassen, aber du hast eine ganze Reihe von Menschen, die einfach sonst auf sehr viele Spiele heim, auswärts gefahren sind, die in den letzten, ja, zwei Jahren vielleicht auf gar keinem Spiel waren. Ja. Die aber monatlich irgendwie ein Zehner oder ein Zwanni beiseite gelegt haben. Also die sind jetzt, glaube ich, auch durchaus bereit, dann mal irgendwie, weiß ich nicht, absurde Summen für Flug und sonst irgendwas zu bezahlen. Da musst du halt auch dazu sagen, das Rückspiel in Barcelona ist halt die Woche vor Ostern. Also was kann dir halt besseres passieren, als da halt auch noch irgendwie Urlaub drumherum und dann bleibst du halt einfach eine Woche in Spanien unten. Ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Auch schon richtig schön, ne? Und dann im Frühjahr, also warum nicht? Also bei angenehmen, ich habe letztens einen Kollegen da unten, mit dem habe ich vor zwei Wochen telefoniert, ich saß hier bei deutschem Regenwetter und er saß mit Sonnenbrille und so einem kleinen Espresso in Barcelona auf der, auf seiner, auf seinem kleinen Balkon, wo ich auch gedacht habe, so du, ne, ne, ne. Also ist halt schon, glaube ich, bei 25 Grad, sowas um den Dreh wahrscheinlich, wenn du mit dem Wetter ein bisschen Glück hast, zu einer Woche da unten in Spanien bleiben und nebenbei noch mal zu sehen, wie die Eintracht das Halbfinale da klar macht. Also ich kann mir schlimmeres vorstellen. Es geht deutlich schlechter. Es geht deutlich schlechter, genau. Also, ich weiß, wir sind jetzt wieder total Fanbrille und euphorisiert des Todes, aber ist halt schon einfach geil. Ich glaube, man muss gar nicht so eine krasse Fanbrille aufsetzen, um zu sagen, dass so Barcelona eine Reise wert ist, glaube ich, oder? Ja. Ja, ihr habt es doch vorhin auch nochmal gesagt. Also, wenn du das spielerische ausklingst, dass es jetzt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit leider die Reise für die Eintracht zu Ende sein könnte im Viertelfinale, dann ist das alles andere, hätte man doch nicht schöner schreiben können. Also, wie gesagt, sehr, sehr geil, sehr cool, dass das auch jetzt mit den ganzen Beschränkungen zu dem Zeitpunkt, das wäre doch auch wieder, stell dir vor, oder wäre jetzt im Endeffekt immer noch nur 10.000 Leute, die hier hinkennen können oder auch schon beim Heimspiel, dass das jetzt auch hier in Deutschland, das vergessen wir ja, dass wir eigentlich hier vorher zu Hause spielen, volle Hütte haben, das ist ja sowas von geil und, ah, Mann, 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 wie lange haben die Leute dafür gebrannt und mussten sich hier geiseln, jetzt kann es endlich wieder losgehen, also ich bin gespannt. Sind wir mal ehrlich, also du sagst ja schon zu Recht, wenn die Story halt dann hier vorbei ist, dass du sagst, okay, die Eintracht ist im Viertelfinal der Euroleague ausgeschieden und du guckst dann drauf und am Ende bist du ausgeschieden vor einem vollen Stadion, nachdem du zwei Jahre quasi überhaupt keine nennenswerten Fanaktivitäten irgendwie hattest, ausgeschieden gegen den FC Barcelona, eine der größten Fußballmannschaften in Europa, die 26 Mal spanischer Meister geworden sind und viermal, fünfmal die Champions League, also einmal Europokal der Landesmeister und dann Champions League, fünfmal gewonnen haben, bist du halt am Ende irgendwie ausgeschieden. Ich glaube, das ist etwas, was man durchaus in dieser Story akzeptieren kann. Und niemals gedacht hätte, dass die Eintracht mit der Leistung, die wir hier teilweise in der Saison gesehen haben, so weit kommt auch. Das ist ja auch jetzt, muss es ja immer mal in die Realität wieder zurückspringen auch, wenn man jetzt sagt, ah, das ist, wir haben auch schlimme Zeiten oder blöde Zeiten hier miterlebt, auch gerade spielerisch, hoffen wir einfach, dass wir gut performen und dann ist da auch zumindest ein Mithalten drin. Und Barcelona hat einen schlechten Tag, die haben gegen Galatasaray auch nicht hier den überragenden Fußball, das Hinspiel war 0-0 aus. Das Hinspiel war 0-0, die waren auch eklig, die haben denen auf den Füßen gestanden, du hast halt auch, klar, du hast ein paar Kampfsäure dabei, du hast aber auch ein paar dabei, die halt einfach schön Fußball spielen wollen, den trittst du halt ein paar Mal auf den Fuß und nervst die und dann läuft das nicht so richtig und dann haben die auch keinen Bock. Ja, dann kommt halt auch wieder dieses, na, es ist halt nur die Euroleague und nicht die Champions League und eigentlich wollen wir doch hier noch irgendwie Real irgendwie entthronen und sonst irgendwas. Also, es gibt schon Möglichkeiten, die richtig, richtig einfach zu nerven. Das hat Galatasaray gemacht, das können wir auch und wenn es halt am Ende ist, dass du halt 5-0 einen auf die Hucke kriegst, dann kannst du immer noch sagen, ja, aber es war halt auch Barcelona mit einer 700-Millionen-Euro-Mannschaft und was da für Namen spielen, ja, okay, da kannst du halt auch mal verlieren. Ja, das ist jetzt keine Schande, ehrlich gesagt und vor allen Dingen, wie oft haben wir das aber auch schon gesagt, wir haben das genauso gegen Inter damals gesagt, von wegen, ach ja, das ist natürlich eine größere Mannschaft und vielleicht ist es hier vorbei. Man hat das auch schon gegen Chelsea gesagt und da hat man auch, also das war sehr, sehr knapp, das hätte auch, ne, Elfmeterschießen ist halt immer so eine Sache, gut, da gewinnt halt einer, aber aufs Spielerische gesehen hast du da wirklich gut abgeliefert und wie oft hatten wir das schon, also warum nicht nochmal, warum, also ist möglich, vor allen Dingen, was ich halt immer so spannend finde, das treffen halt auch Mannschaften aus verschiedenen Ligen aufeinander, du bist ja auch nicht unbedingt den Fußball der anderen Mannschaft gewohnt und in der Bundesliga wird nochmal anderer Fußball gespielt als in Spanien, das kommt dann vielleicht auch nicht unbedingt zu einer Mannschaft entgegen, die vielleicht dominieren kann in der eigenen Liga und ihren Fußball spielen kann, der vielleicht aber gar nicht so krass effektiv ist gegen Mannschaften aus anderen Ländern, also klar sind die nicht umsonst ne, ne internationale Mannschaft, die, die, ja, international auch schon viel erreicht hat, aber trotzdem tust du dich ja natürlich immer mal wieder schwer gegen den Gegner, den du vielleicht so gar nicht erwartet hast, deswegen, da hast du auch immer noch so diesen kleinen Überraschungseffekt, der dir helfen kann, auch als kleinere Mannschaft, vor allem in so, ja, Flutlichtspiele, volles Stadion jetzt wieder, geiler Gegner, ich glaube, die Eintracht hat richtig Bock drauf, die Fans haben Bock drauf, also die Mannschaft auch, ich glaube, jetzt so Spieler von der Eintracht denken sich auch, ja, jetzt kann ich gegen den FC Barcelona hier antreten auf großer Bühne, die wollen sich ja auch zeigen, also ich glaube, da sind alle bis in die Haarspitzen motiviert und bei Barcelona muss man halt schauen, inwiefern die, ja, für die ist es halt so ein bisschen Business as usual und irgendwie sogar ja auch, ich würde nicht sagen minderwertiges, aber niedrigeres Business, als sie sonst machen, von daher, vom, also ich glaube, vom Hype-Faktor her, der ist bei der Eintracht da, hat die Eintracht schon gewonnen. Ja, ja, das definitiv. Ganz, ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast, Patricia, gerade, weil eben nicht die Barcelona ständig gegen die Eintracht spielt, sind wir gar nicht so auf dem Schirm und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir ja sagen müssen, endlich, und wir haben hier Möglichkeiten, mal diese nicht ganz auszurechnende Eintracht, klar, wir haben jetzt endlich mal mit derselben Aufstellung gespielt, aber wenn du überlegst, wie lange haben wir, es geht immer nur links über den Kostic und den musst du zustellen und dann ist das Spiel fertig und dann gewinnt Barcelona am Ende 5-0. Jetzt, dass du über die rechte Seite mal kommen kannst, dass du auch mal über die Mitte theoretisch zumindest kommen kannst. Da passiert natürlich teilweise zu wenig. Du musst die Chancen am Ende effizient machen, das ist klar, aber das ist zumindest hier so einfach, wie wir es teilweise in der Saison an den Mannschaften schon gemacht haben, machen wir es momentan generell. Auch Betis haben wir es nicht so einfach gemacht. Barcelona werden wir es dann hoffentlich auch nicht so einfach machen. Ist natürlich nichts, wo die auf Mods Erfahrungswerte im Wettkampf mit der Eintracht zurückgreifen können, sondern die gucken sich natürlich, jeder macht Videoanalyse und so weiter. Ist aber trotzdem noch mal was anderes. Wir haben uns weiterentwickelt mit der Eintracht, zumindest in meinen Augen und dann hoffen wir mal, dass da der ein oder andere Überraschungseffekt da ist und es eben nicht so einfach kaputt zu machen ist und Barcelona uns hier locker dominieren kann. Aber da habe ich eigentlich ganz gute Hoffnung. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, also ich bin da nach wie vor sehr motiviert und habe da richtig Bock drauf. Unbedingt. Jetzt sind wir bei richtig Bock. Hatten wir wahrscheinlich am Sonntag alle nicht so, oder? Das war auch hier aber jetzt die Überleitung des Todes. Also ein großer Stimmungsabfall gerade. Ja, definitiv. Also war auch tatsächlich am Sonntag bei dem Spiel bei mir. Ich wollte das Spiel wirklich sehen. Ich hatte richtig Lust auf Fußball, auch nach dem Donnerstag und habe gedacht so, ja komm, irgendwas ist heute drin gegen den Gegner. Haben wir auch schon das Öfteren so Freak-Spiele irgendwie gehabt. Wenn wir was erreichen, ist es definitiv über dem Soll. und dann ist so der Vorbericht, dann habe ich so einen halben Auge und dann läuft es auf Richtung Anstoß oder Einlauf der Mannschaften und dann stehen die da in diesem Gang, wo schon alles irgendwie blinkt und macht und tut und du hörst so leise den Stadionsprecher im Hintergrund und die Nebelmaschine läuft an und die Mannschaften laufen raus und du siehst diese hohen Wände und in dem Moment hatte ich komplett keinen Bock auf dieses Spiel. Hat mich so dermaßen einfach nur genervt. Wie kann bitte ein Fußballspiel einem so dermaßen den Tag versauen? Geht es ja nur mir so oder war das bei euch ähnlich? Naja, ich habe ehrlich gesagt zum Glück diesen Anfang gar nicht gesehen. Also ich bin straight ins Spiel gesprungen, weil wie gesagt, Formel 1 läuft. Klar, das fing erst um 16 Uhr an, aber so ein bisschen Vorberichte liefen noch und da habe ich mich da so ein bisschen drauf konzentriert. Vorher war ich noch ein bisschen spazieren, noch einen Kuchen geholt und so weiter und so fort. Deswegen war so ein schöner Tag und dann habe ich da ehrlich gesagt echt mit Anpfiff erst reingeschaltet, was, wenn ich deine Ausführungen hier höre, eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Ja, definitiv, definitiv. Aber so richtig gecatcht hat es mich ja auch nicht. Also so wirklich Lust hatte ich nicht. Du hast halt auch schon, du weißt, das ist gegen Leipzig, du weißt auch, du hattest anstrengende Wochen hinter dir, erwartest auch noch gar nicht zu viel von der Mannschaft an sich. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die da im Feuerwerk abbrennen. Ja, und dann, ja, weißt du so, du musst es aber irgendwie trotzdem gucken und du willst es irgendwie auch gucken und, ja, aber du guckst da hin und diese hohen Wände zum Beispiel siehst du ja trotzdem. Und dann denkst du dir so, ach ja, wir sind wieder in Leipzig und so wirklich Lust hast du nicht. Aber nun gut, es war ja dann trotzdem eigentlich, ähm, meiner Meinung nach relativ erfreulich, was man dann noch, also zumindest in über, über weite Strecken beziehungsweise Teile, Teile des Spiels waren dann erfreulich, vor allen Dingen das Ergebnis meiner Meinung nach. Ja, ja. 0-0 ist für mich vollkommen okay. Du hast am Punkt nach, nach anstrengenden Wochen geholt gegen einen Gegner, wo du dir eigentlich erst mal gar nichts ausrechnest. Ähm, ich glaube, man konnte auch noch nie auswärts in Leipzig gewinnen als Eintracht. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, glaube nicht, nein. Ähm, hat ja auch wieder nicht geklappt, aber, ne, du gehst ja dann auch schon so ein bisschen mit dem Mindset rein, auf, ja, muss auch erst mal klappen. Ähm, von daher bin ich da vollkommen fein mit und denk mir so, den Punkt nehme mit und, äh, den hab ich gar nicht eingerechnet und von daher, alles gut, äh, bin ich eigentlich zufrieden in die Länderspielpause jetzt mit dem Spiel gegangen, obwohl, ja, das Spiel an sich, ja, gab positive und negative Aspekte, da kommen wir ja vielleicht gleich da nochmal ein bisschen drauf, ähm, aber ich weiß nicht, wie ging's denn es denn? Ob, also ich muss sagen, die Stimmung war natürlich auch eher, eher mies, aber lag auch viel daran, dass dann, äh, so diese, du kommst aus diesem Hype und, äh, hast natürlich diese 120 Minuten, also, man hat sich auch schon viel reingeredet, ne, ihr habt, ihr habt es gerade richtig schön zusammengefasst, man sagt dann, ah, du kommst hier aus diesem 100, hast da dieses Emotionale und du kommst aus einem geilen Europa-Pokal, aus einer geilen Europa-Pokal-Nacht und dann steht da auf dem Plan, du spielst gegen Leipzig, die jetzt auch ihren Trend, äh, ja, die waren ja auch relativ erfolgreich jetzt so die letzten Spiele, äh, du kommst aus einer hart umkämpften, äh, ja, Zeit, dann fällt da auch noch Soja aus, äh, weil er, glaube ich, war gelb gesperrt, ne? und, ähm, ja, also, das sind, das sind da alles so Sachen, wo du schon da reingehst und denkst, oh, also, hier wirst du wahrscheinlich heute nix holen und dann sind da natürlich und das ist das Wichtigste und Patrizia, hast da völlig recht, wir wollen ja die positiven Sachen auf jeden Fall unbedingt hervorheben und das in meiner Meinung nach einmal Kevin Drabb, wow, er war eine Maschine erneut und generell wirklich, wirklich Wahnsinn und auch vorne, die Abwehr hat ja eigentlich zu, sagen wir, 90 Prozent gut gearbeitet, die Defensivarbeit war, war ordentlich, das hat gut funktioniert und, ähm, ja, über die Offensive, wir wollen nicht schimpfen, wir haben da schon viel, äh, drüber gemeckert, äh, es sind auch viele Sachen gefallen, wo man einfach denkt, Mensch, Leute, ihr müsst einfach, wenn ihr die Chancen habt, erstens mal selbst abziehen und zweitens, ja, alles ein bisschen konsequenter, durchlaufen, die ziehen sich, genau, ja, durchlaufen wäre auch mal eine Möglichkeit, ja, nee, es ist natürlich schon bitter, aber, äh, gegen Leipzig, ihr habt es richtig gesagt, ich habe mit nichts, auch mit nichts gerechnet gehabt und das 0-0, eigentlich waren wir am Ende schon, ähm, die, die eigentlich zufriedener mit dem Ergebnis sein müssen, denn Leipzig hatte schon auch, also, was da an Chancen teilweise dabei war, gerade auch der eine, der frei vor Trab steht, in der da, äh, mit einer Hand dann noch raus, holt, das ist schon echt krass gewesen, also, wow, Respekt. Man muss halt schon, wenn man jetzt mal ausblendet, wer der Gegner war, aber, die hatten halt mit Nkunku schon einfach einen, der, ein guter Fußballspieler ist, ein sehr guter Fußballspieler in der Bundesliga, der auch für viel Aufmerksamkeit und für viel Wirbel gesorgt hat, aber, Dennis, wie du es so richtig gesagt hast, die Defensive hat halt einfach inklusive halt Trab und den Innenverteidigern halt alles an dem Tag in, in den, in die Waagschale geworfen, da irgendwie einen Punkt, äh, zu halten. Tutter hat mehrere klärende Aktionen gehabt, Hinteregger auch wieder, ähm, absolut stark, auch dieses Ding auf der Linie, wo er sich dann da in den Ball wirft, das war am Ende dann ja irgendwie abgefiffen worden, dann auch noch wegen, ähm, ja, Foulspiel, wegen Foulspiel, weil er, ein gefährliches Foulspiel, weil er den Fuß ja extrem hoch hatte, dann stand Nkunku ja auch einmal im Abseits, wo er den aber auch nicht richtig auf den Kasten kriegt, also du hast halt einfach gemerkt, die haben auch eine andere Erwartung, die wollen einfach auch diese, diesen Punkt eigentlich da mitnehmen, sie sind es ja auch gewohnt, ich glaube der Punktedurchschnitt, den die zu Hause irgendwie holen, ist mit, äh, zwei Komma irgendwas, also die holen einfach schon wahnsinnig viele Punkte zu Hause, ähm, die waren halt zunehmend immer genervter, dass das halt nicht funktioniert hat, das haben wir schon an der Stelle gut gemacht und mit dem einen Punkt sind wir eindeutig über dem Soll, also da kannst du nichts gegen sagen. Und sie haben halt einfach, Leipzig hat einfach auch die Chancen nicht genutzt, ich weiß noch, Paulsen, und der da fünfmal hin und, genau, zum Glück für uns, der fünfmal im Endeffekt die Chance hat abzuziehen, dann versucht er zu Forsberg noch zu passen, gibt uns die Chance zu klären, es waren schon auch ein paar Wackeler mit drin, ich erinnere mich auch an eine Situation mit Tuta, ähm, der dann im Laufduell, wo du auch denkst, was macht ihr denn da eigentlich und in einem schlechten Tag, dann krabbelt es halt und dann hatten wir mal Glück, es war jetzt was, wo du sagst, okay, äh, prima, haben wir am Ende, hat sich das Kämpfen gelohnt und eine bezeichnende Szene, dass es auch funktioniert in der Mannschaft, war für mich auch diese Szene, als Trapp das Ding hält und Hinteregger und er sich da mega abklatschen und freuen und merkst du einfach, die haben richtig Bock gehabt und, äh, auch die wissen, dass Leipzig im Endeffekt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja, mehr, mehr Druck macht und dann sind die natürlich auch happy, wenn die am Ende keins hinten fangen und das ist das Wichtigste aus dem Spiel, keins gefangen, vorne leider auch keins gemacht, trotzdem einen Punkt mitgenommen und darauf kannst du wirklich super aufbauen, denn Leipzig hat ja einen guten Lauf gehabt und dementsprechend sehr gut, sehr gut für uns. Genau, auch nochmal, um das zu bekräftigen, wir haben halt unter der Woche 120 Minuten Euroleague gespielt, Leipzig nicht. Ich fand zumindestens, was das Läuferische und auch das Kämpferische an dem Tag anging, hast du das nicht unbedingt gemerkt, dass wir halt so viel mehr Spielzeit in dem Wochenverlauf in den Knochen hatten. Ja, mit zunehmendem Spielverlauf sind wir vielleicht mal ein bisschen zu spät in die Zweikämpfe gekommen, aber so krass war der Unterschied dafür, dass wir halt einfach diese mehr Minuten in den Beinen hatten, jetzt nicht, fand ich zumindest. Nee, es stimmt schon. Also ich fand auch die Abwehr extrem stabil, also da hat schon einiges funktioniert und vor allem auch, wie ihr schon gesagt habt, dass man Leipzig da so auf den Füßen stand, das ist ja ein probates Mittel, würde ich sagen. Also man hat ja bisher auch Leipzig sehr oft physisch geschlagen, würde ich sagen, also zumindest aus dem Konzept gebracht. Das hat unter Nagelsmann funktioniert, das funktioniert auch unter Tedesco scheinbar noch. Die haben einfach eine Mannschaft so zusammengestellt, dass da schon geile Kicker drin sind. Das sind auch alles sehr, sehr feinfüßige Spieler, aber die haben halt nicht besonders Bock, dass sie da so krass angegangen sind. Also ich habe das Gefühl, die verlieren den Spaß an ihrem eigenen Spiel, wenn man die ja physisch stark angeht. Und das kann die Eintracht und das hat sie auch gemacht. Und man merkt auch, wie das die Mannschaft aus dem Konzept bringt. Und das funktioniert bisher immer gegen Leipzig und hat auch, finde ich, diesmal über weite Strecken gut funktioniert. Klar, Wermutstropfen ist diese Ballverluste. Also da waren schon einige, da habe ich wirklich so ein bisschen Haarbrauchen bekommen. Da habe ich mir gedacht, also da atmest du mal durch und denkst dir so, warum? Also das waren halt wirklich so Punkte. Klar, das kannst du dann vielleicht auch draufschieben. Du hast jetzt auch Spiele in den Knochen und da ist die Konzentration wahrscheinlich auch nicht mehr ganz hoch. Und ja, aber das hat mich, glaube ich, am allermeisten geärgert. Und halt, dass du wirklich immer diese Aktionen einfach nicht zu Ende spielst, also deine Offensivaktionen nicht sauber zu Ende spielst, weil du könntest so viel gefährlicher sein, als du bist. Ich glaube, zur Halbzeit hattest du irgendwie Expected Goals von, klar, mit Vorsicht zu genießen, aber irgendwie 0,03 oder so. Ja, war echt traurig. Was dann letztendlich gar nicht, manchmal gar nicht so wirkt, weil die Eintracht bemüht sich nach vorne und kommt ja auch irgendwie in gute Situationen rein und erarbeitet sich viel, aber halt wirklich so diese letzte Konsequenz fehlt, dass es dann wirklich zu einer Chance wird. Und das ist so, was sich halt vielleicht so ein bisschen ärgert und wo du dir auch denkst, Mensch, was könnten wir noch für einen Fußball sehen, wenn das auch noch klappen würde. Aber da bin ich auch positiver Dinge, dass das sich noch entwickelt. Und wer weiß, vielleicht noch diese Saison, vielleicht aber dann auch erst über den Sommer hinweg, dann in der nächsten Saison. Aber wenn das jetzt erst mal so weitergeht, ich glaube, wir können damit leben. Und ja, aber das sind so, glaube ich, die zwei Punkte, diese Ballverluste und dieses, was wir auch die letzten Wochen über immer angesprochen haben, dass du eben deine Angriffe nicht zu Ende gespielt bekommst. Also die wollen sie ja zu Ende spielen, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Und ja, aber ansonsten will ich gar nicht, also auf hohem Niveau jetzt gerade, weil ein Punkt gegen Leipzig, alles gut von meiner Seite aus. Ich glaube, das sind aber auch so zu viele Baustellen, die du nicht auf einmal gelöst kriegst. Also so wie ich das bislang wahrnehme, ist halt, baut Klaasner quasi das so ein bisschen von hinten raus auf. Das heißt, Defensive wird jetzt immer stabiler. Das heißt, das Nächste wird dann jetzt dieses Thema Ballverluste im Mittelfeld sein und die Baustelle Offensive wird ganz zum Schluss kommen. Und ich glaube einfach, das werden wir diese Saison nicht mehr erleben. Wir werden weiterhin Tore machen und Spiele gewinnen, weil wir halt einfach es in Summe dann irgendwie schaffen. Aber du wirst jetzt da nicht irgendwie plötzlich erleben, dass da vorne einer drin ist, der irgendwie jedes Spiel zwei Buden macht, weil die Frage wäre ja auch wer. Also du hast ja an der Stelle auch wieder an vielen Stellen gesehen, Boree ist halt nicht der klassische Mittelstürmer. Der ist dann halt eher so die hängende Spitze, die Verbindung zum Mittelfeld, der sich dann halt eher ein bisschen fallen lässt. Der hat halt nicht den Instinkt, wie in der einen Aktion da durchzulaufen. Wenn er da durchgelaufen wäre und vor Angelinho an den Ball gekommen wäre, dann hätte der mit Sicherheit das Ding auch irgendwie in die Nähe des Tores gebracht. Aber das ist halt nicht seine Art und Weise. Aber da hätten wir auch jetzt keinen, den wir da hinstellen können. Und Paciencia hat mich in letzter Zeit auch ein bisschen aufgeregt. In Lammers tust du damit auch keinen Gefallen, wenn du ihn zu sehr unter Druck setzt. Also von daher, ich glaube, das ist einfach etwas, da passiert diese Saison nichts mehr Großartiges. Leider nach vorne schwierig. Aber ihr habt es richtig angesprochen, auch die Moral, die ja hier mit am wichtigsten ist, hat wirklich wieder gestimmt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, Eintracht ist fünf Kilometer mehr gelaufen. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer nach dem 120-Minuten-Ritt von Donnerstag. Und ja, also es stimmt. Es war auch nahezu die gleiche Mannschaft. Klar, Sow war jetzt nicht dabei, dafür war Rode dabei. Aber du hast ansonsten gesehen, dass sie alle irgendwie relativ lange auf dem Platz waren. Der Erste, der ausgewechselt wurde, war Rode. Dann ist Lindström in der 66. runtergegangen. Dann Knauf in der 80. Und am Ende hattest du dann noch, glaube ich, nochmal irgendwie einen Wechsel. Genau, Kamada und Bore sind dann ja erst in der 89. Minute runtergegangen. Also 120 Minuten unter der Woche, fünf Kilometer mehr gelaufen. Und gerade die Spieler, die halt auch wahnsinnig viel laufen, wie in Bore, wie in Lindström, die waren auch einfach lange wieder auf dem Feld. Und die sind jetzt die Woche wieder unterwegs in der Nationalmannschaft. Also wir hatten ja auch drüber gesprochen, so nochmal alles irgendwie reinwerfen. Dann ist die Nationalmannschaft, Jan Bore ist jetzt halt auch wieder unterwegs und tingelt da irgendwie die nächsten zwei Wochen wieder in Südamerika rum und muss da irgendwelche Pflichtspiele nachts um 0.30 Uhr gegen Argentinien oder irgendwas bestreiten. Entschuldigung, Bolivien, oder? Ja genau, Bolivien und Venezuela sind die beiden Gegner. Aber der kommt halt schon wieder nicht zur Ruhe. Und der ist halt trotzdem bis zur 89. Minute da auf dem Feld gewesen. Also kann es, glaube ich, auch schlechter treffen. Was so Mannschaft und Einsatz und Siegeswille angeht. Der Einsatz stimmt auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, du hast es richtig angesprochen, ab dem Wechsel von Lindström in der 66. Minute ging leider aber auch nach vorne noch weniger. Da merkst du schon, dass momentan der Motor da vorne ist, auch wenn die Pässe nicht ankommen. Und da bitte ich auch nochmal alle, sich ein bisschen zu zügeln und jetzt nicht auf den noch zu schimpfen, dass die letzten Pässe da nicht kommen. Oder dass er mal diese, ja, das wird er auch noch lernen, dass er vielleicht mal lieber selbst drauf geht. Auch da waren wir teilweise dann immer, ah, warum spielt er denn nicht noch den schlauen Pass zur Seite? Also wie er es macht, ist es im Endeffekt, er kriegt auf jeden Fall seine Schelte von dem einen oder anderen. Das finde ich an der Stelle unfair, weil das ist im Endeffekt im Moment, gerade in der Offensive, unser stärkster Spieler, würde ich sagen. Oder zumindest einer unserer stärksten Spieler. und ohne ihn als Motor und der läuft und rennt an und spielt diese Saison wirklich richtig stark schon. An dem werden wir auch noch viel Freude haben. Dementsprechend haben wir lieber mit dem noch ein bisschen Geduld. Ein Goalgetter in dem Sinne wird er in der Saison wohl auch nicht mehr werden. Aber ja, gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Und wie gesagt, mir ging es nur nochmal auch darum, solange diese Moral in der Mannschaft stimmt und wir sehen, dass die sich hier reinhängen, alles geben und ja, auch eine Entwicklung zu erkennen ist. Und wir haben es genau, was ihr auch schon gesagt hattet, mit der Defensivleistung. Was haben wir da auch teilweise schon gesagt? Oh Gott, die sind ja alle im Formtief. Oh je, was ist hier jetzt los? Oh Gott, Hinti, was machst du da? Wir sehen eine Entwicklung. Es sieht momentan alles sehr gut aus. Es sieht stabil aus. Und ja, dementsprechend, darauf kannst du natürlich super aufbauen. Es wird nicht immer funktionieren, dass du zu Null spielst, aber man muss halt vorne halt einer reinfallen. Und dafür haben wir ja unsere, ja, ich sage jetzt mal, Wunderwaffe, die dann vorne irgendwie vielleicht nochmal einen reinschusselt. Kamada ist ja wirklich jemand, der, ich habe das jetzt wieder gesehen, das ist ja wirklich mit vier Treffern der Beste, ja, mit einer der Besten unter der Euroleague-Tabelle wieder, mit den Torschützen, wo du einfach nur denkst, Mensch, warum nicht häufiger so? Aber gut, werden wir irgendwie, wir schauen, mal schauen. Vielleicht tut ihm diese Länderspielpause, denn wir hatten ja im Vorbericht schon darüber gesprochen, Kamada wurde nicht für die japanische Nationalmannschaft nominiert, obwohl es bei denen wirklich um viel geht. Einerseits natürlich ein böser Schlag in den Nacken, auf der anderen Seite vielleicht tut ihm die Pause auch mal ganz gut. Ja, ich habe mich gefragt, wer ein Bore auch eine Pause bekommt, aber dem ist leider halt nicht so. Aber gut. Am Ende 0 zu 0 gegen Leipzig, ein Punkt geholt, deutlich über Soll und jetzt erst mal Länderspielpause. Wie gesagt, der ein oder andere Eintracht-Spieler ist auch unterwegs. Kevin Trapp unter anderem ja mit der deutschen Nationalmannschaft. Lindström ist unterwegs, Rustic ist unterwegs, Heuge ist unterwegs, Hinteregger und Ilshanker sind unterwegs, So, Kostic, also gerade halt auch die aus der ersten Mannschaft relativ viele. Jarkic ist auch mit Kroatien unterwegs, Ansgar Knauf mit der U21. Also das wird halt schon durchaus spannend. Ja, das ist ja gerade eben angesprochen, Dennis, mit dem Wechsel von Lindström zu Hauge ist halt schon auch wenig passiert. Wir haben also eine erste Auswahl an Spielern, wo wir jetzt sagen können, okay, die haben sich jetzt gefunden, das funktioniert. Und dahinter ist es dann halt einfach auch aufgrund von Spielpraxis und Passung zum System wird es, glaube ich, ein bisschen dünn. Selbstbewusstsein auch. Es fehlt teilweise, also wenn ich mir das dann angucke und eine dann schon so ein bisschen die Schultern hängen hat, na klar, ist es immer schwierig. Und die Eintracht, das ist auch jetzt noch nicht so, dass das System so funktioniert, dass das ein Selbstläufer ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber gut, müssen wir einfach mal gucken. Jetzt einfach das Spiel, das nächste Spiel, wäre es ja dann ein Heimspiel gegen Fürth am zweiten. Volle Hütte. Genau, ist das beste Spiel, was man sich aussuchen konnte von der Liga, um das Stadion nach zwei Jahren Corona wieder ohne Einschränkungen voll machen zu können, heißt der Gegner führt. Vielen Dank aber auch. Ja. Aber ja, gut. Es ist froh, dass das Stadion wieder voll wird, dass die Ultras wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist, wenn wir so auf die Tabelle auch gucken, ist das schon ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir da zumindest jetzt gesichert durchkommen und gerade auch mit Blick auf die Euroleague, wo wir gerade eben schon ausführlich drüber gesprochen haben, ist es, glaube ich, auch extrem wichtig, da nochmal ein bisschen Zusatzmotivation generieren zu können. Ja, auf jeden Fall. Und das Schlimme ist ja, man soll ja normalerweise nicht schauen, was sind eigentlich die Punkte der anderen und was könnte da noch gehen. Ja, besser ist. Die Situation ist aber ja, dass in diesem Jahr wahrscheinlich wieder Platz sieben auch für die Conference League reichen würde. Mit dem DFB-Pokal ist das dann nicht so, dass wieder einer weiter rutscht. Ja. Ja, kommt halt drauf an. Und dann bist du halt zwei Punkte dahinter. Dafür müssten halt Freiburg oder Leipzig den Pokal gewinnen. Also ich wäre dann da ganz klar für Freiburg. Ich auch, ja. Dann würde halt am Ende der siebte Platz für die Conference League reichen. Wir sind jetzt zwei Punkte hinter... Für die Quali, irgendeine Quali-Runde. Genau. Wir sind jetzt zwei Punkte hinter Köln. Also, ja, ich sage mal zwei Punkte. Man könnte jetzt sagen, hätten wir irgendwie von den Spielen, wo wir irgendwie unentschieden gespielt haben oder unglücklich verloren haben, zumindest noch irgendwie zwei Unentschieden rausgeholt, dann hätten wir die Punkte jetzt schon. Aber gut. Ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Ich wäre jetzt einfach froh, mal noch einen Sieg mitnehmen, dann haben wir 41 Punkte. Das ist so die magische Grenze, dich nach unten halt weiter absetzen, dass du da halt definitiv irgendwie nicht mehr unten mit reinrutschst. Wenn da oben noch was geht, dann ist gut. So komplett aufgegeben habe ich die Erwartung da jetzt nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht heraufbeschwören an der Stelle. Ja, hast du auch völlig recht. Ich meine, es ist nur verrückt, weil wir haben ja teilweise wirklich echt mies performt oder zumindest schlecht gepunktet. Und dass du trotzdem noch hier, ist ja immer die Frage, ist das gut für die Mannschaft? Diese Quali-Runde, dann auch noch Conference League, da verdienst du ja eh nichts. Für die Fans ist es halt mega geil. Auch wenn du da im nächsten Jahr es wieder schaffen würdest, dich irgendwie für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Und wie gesagt, die Chance ist hier nicht komplett null und nichtig. Auch die sechs Punkte auf Hoffenheim, obwohl da vorne sind natürlich auch Mannschaften da wieder dabei. Ja, die haben sich dann glaube ich auch langsam da dann irgendwie reingesetzt. Aber im Grunde trifft halt wieder das zu, was ich ja vor ein paar Wochen schon gesagt habe. Die Bundesliga ist halt auch in dieser Saison eigentlich wieder wahnsinnig schlecht. Und wenn du dich mal zwei, drei Spiele ein bisschen mehr konzentriert hast, dann hättest du eine wunderbare Chance gehabt, da vorne reinzurutschen. Und du hast es halt wieder versemmelt, genauso wie im letzten Jahr auch. Dabei bleibe ich. Ja, gut, dass es ja noch viel bitterer war. Ja, natürlich war das noch bitterer, aber ich bleibe dabei, du hättest einfach auch diese Saison wieder mehr als gute Chancen gehabt, da vorne reinzurutschen. Zwei Spiele mehr dich konzentriert, zwei Dinger mehr gewonnen. Und dann stehst du halt auch da vorne mit über der Linie. Stimmt. Hättest du machen können. Patricia hält sich die Saison zurück. Patricia ist, glaube ich, schon reingeschlafen. Oder so. Ja, nee, es ist einfach nur, ich habe ehrlich gesagt nicht so die Lust, mich darüber wieder aufzunehmen. Ja, hast du recht. Klar, man kann es nicht mehr ändern jetzt. Aber es regt mich immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen auf. Also man denkt ja immer mal wieder dran und denkt sich, na ja, die Punkte, die man hätte haben können. Aber hätte, hätte, kann, ist jetzt halt vorbei. Ich werde mich wahrscheinlich am Ende der Saison, wenn dann der letzte Platz halt wirklich feststeht, den man dann bekommen hat, der endgültige Platz, nicht der letzte Platz, um Gottes Willen, wenn dann der endgültige Platz feststeht, werde ich wahrscheinlich noch mal drauf zurückkommen und wahrscheinlich auch auf Spiele wie Bielefeld noch mal genauer eingehen und mich darüber zu Genüge aufregen. Deswegen will ich eigentlich, glaube ich, gar nicht nach den jetzt eigentlich doch so positiven Wochen mich noch mal daran aufhängen, weil ich glaube, das bringt aktuell jetzt nichts. Also es hilft ja nichts. Okay, heben wir uns das bis zum Schluss auf. Wir sprechen Patricia dann am Ende der Saison noch mal drauf an, dass sie sich dann da noch mal ein bisschen mit uns zusammen aufregen kann. Machen wir es doch einfach so. Vielleicht müssen wir uns ja gar nicht aufregen. Vielleicht müssen wir uns ja gar nicht aufregen. Alles gut. Meinst du nicht? Vielleicht ist es so, dass wir sagen, hey cool, hast noch einen Europa-League-Platz ergattert mit viel Glück, dann rege ich mich überhaupt nicht mehr auf. Ja. Klar, dann heißt es dir, ah, noch ein bisschen mehr gepunktet und wir hätten Champions League, aber da hört es ja dann, es ist, wie gesagt, worum es mir eigentlich ging, war, wir haben hier gar nicht so die unmöglich, das ist nicht unmöglich, dass wir auch im nächsten Jahr noch mal international irgendwo hinfahren. Das ist korrekt. So. Aber gut, schauen wir mal. Nein, nein, nein. Möchtet, möchtet ihr noch was zu den Spielen sagen? Nein. Nein. Gut. Dann würde ich doch sagen, haben wir für diese Woche sehr ausführlich über Bundesliga und Euroleague gesprochen, haben auch, glaube ich, mehr als deutlich unsere Freude über den kommenden Gegner, den FC Barcelona, an dieser Stelle zum Ausdruck gebracht. Das ist auch gut so, weil in der nächsten Woche, und jetzt müsst ihr euch bitte festhalten und hinsetzen, wird es leider keine Folge geben. Es ist Länderspielpause und leider ist terminlich auch ein bisschen was quer, deswegen kriegen wir es da leider nicht in nächster Woche, eine Folge aufzunehmen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass bei den Kollegen von Fußball 2000 oder von anderen Podcasts da was ist mit dem ihr diese Zeit wunderbar überbrücken könnt. Und ansonsten haben wir ja von Patricia gelernt, es findet trotzdem am Wochenende Formel 1 statt, also von daher ein bisschen Alternativbeschäftigung werdet ihr finden. Genau. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir euch jetzt in diese Woche, in diese Länderspielpause und wir melden uns dann wieder nach dem Heimspiel gegen Fürth und vor dem Heimspiel gegen Barcelona und dann packen wir nochmal richtig die Motivationsthematik hier aus. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und macht's gut. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.